Hallo, Megaman-Fans! Willkommen zurück, ich spiele Megaman 9 für die Wii. Letzte Stage, kein Problem für mich. Ich hab mir gedacht, jetzt mach ich's. Jetzt kriegt der Herr Wily... Ach nee, er hat ja einen Doktortitel. Jetzt kriegt der Dr. Wily eins auf die Schnauze. Hab ich mir so gedacht... Ich komm da nicht durch, ey. Gibt's ja gar nicht. Auf was für Probleme ich ständig stoße. Hammer. Ich brauch vor allem meinen Concreteshot noch. Absicht. So, und das Leben nehme ich auch mit. So. Konkret voll, Energie voll. Here we go. Ich will schon links oben anfangen. Aber da ich Concrete noch brauche, tatsächlich... Wenn ich's mal... Wenn ich Galaxy Man ohne mache... Ich bin noch nicht ganz... Noch nicht ganz auf der Höhe, glaub ich, gerade. Ah, 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 ah. Scheiße. Es war klar, dass er jetzt... Genau jetzt... Sein... Sein komischen Flug da... Startet. Scheiße. Ich war sogar drauf vorbereitet. Hab dann... Abgebrochen, dass ich drauf vorbereitet war. Wie doof. Ah, 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 oh Gott. Ist ja langsam wieder nervig. Und Speedrun wird das hier nicht. Aber zumindest war das jetzt... Ziemlich akzeptabel. So weitestgehend. Nein, ich Idiot. Äh, ich hau mich weg. Oh nein, beziehungsweise er haut mich weg. Ah. Das war knapper, als es hätte sein müssen. Ah. Boah. Ich hab mich auch wieder blöd angestellt. Ah ja, Jewelman. Okay, den krieg ich... Lockerflockig, hoff ich. Ja. Den hab ich ja mal dämlich gesetzt. Hat trotzdem funktioniert. Huh. Ah, Hornedman. Irgendwie bei dem hab ich echte Probleme. Ja, Hornedman. Bei dem hab ich echte Probleme. Hat man jetzt ja gesehen. Oh Mann. Oh Mann. Es läuft gerade ein bisschen zu flüssig. Soll mich nicht so sehr stören. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Jetzt geh mal kaputt. Ich krieg gerade ein Speed Achievement nach dem anderen. Äh, wer fehlt noch? Pluck. Pluckman. Gut. 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 Nicht gut. Gut. Oh Mann. In dem Speedrun, das ich gesehen hab, sah das so leicht aus. Shit. Ich weiß auch nicht, warum der Laser Trident genommen hat. Dafür. Aber es schien gut funktioniert zu haben. Tja. Dann war es jetzt. Was mache ich hier jetzt? Nochmal versuchen. Ich habe ja noch zwei Leben. Angeblich funktioniert ein Magba-Basuka bei dem auch ganz gut. Aber eigentlich muss ich ja nur bloß die Eier reflektieren. Da verstehe ich nicht so ganz. Also nicht reflektieren, sondern zurückwerfen. Was das gleiche ist wie reflektieren. Funktioniert am Arsch sehr gut. Da könnte ich genauso gut Horned Chaser benutzen. Hier. Da muss ich wenigstens nicht springen. Das hat sogar besser geklappt, als ich dachte. Aber der Hit war es letztlich doch nicht. Okay. Das suckt. Im wahrsten Sinne. Ich weiß nicht, warum ich irgendwo gelesen habe, dass Magba-Basuka ganz geil sein soll. Das ist es nämlich nicht. Wenn mir jetzt jemand sagt, hey, du hast doch noch so ein Mystery-Tank oder Magic-Tank oder Mega-Tank oder so ein M-Tank. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Aber solange ich nicht so ein bisschen Gewissheit habe, dass ich das irgendwie hinkriege. Shit. Dann will ich den M-Tank nicht verbrauchen, weil den kriege ich nicht wieder. Nein. Fucking ey. Ist irgendwie nicht ganz bewusst. Muss ich die Eier dreimal treffen, damit die explodieren? Ich versuche gerade rum zu experimentieren. Irgendwie. Ich glaube, ja. Und dann muss das Ding am besten gegen seine Schnauze fliegen. Ich glaube, der Trident-Shot hätte es auf zwei reduziert. Also der Laser-Trident. Verdammte Kacke. Hä. Wow. Ich habe gerade gedacht, vielleicht habe ich es jetzt raus. Vielleicht habe ich es jetzt raus. Aber wenn ich die Eier verfehle, dann wird das nichts. Ich werde gleich einfach nochmal die Robot Master machen. Dann muss ich halt nochmal da durch. Okay. Scheiße, ey. Ich glaube ja. Wenn ich die dreimal treffe, dann muss das Ding beim dritten Mal gegen seine Schnauze fliegen. Und dann habe ich es. Aber die Höhe ist leider unkontrollierbar. Ich glaube... Eins, zwei... Wenn ich es beim zweiten Mal schaffen würde... Ich bin auch geil im Schießen, ey. Ein Ei dreimal bouncen zu lassen, ist auch gar nicht so einfach. Hm. Scheiße. Nein. Ein bisschen Abstand, mein Freund. Ich glaube, ich habe eine Idee. Das klappt aber nur, wenn er... Oh, Scheiße. Nein, nicht wenn er, wenn ich nicht so blöd bin. Ich bin blöd. Aber ich glaube, ich habe eine Idee. Das könnte mit Laser-Trident ganz gut klappen. Ja, muss ich nochmal durch. Aber das kriege ich jetzt hin. Hurra. 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 Leck mich! Ja, wie so Laser Trident. Oh nein, ich habe echt zweimal geschossen. Wie geil. Das habe ich nicht wirklich getan, oder? Das habe ich jetzt nicht wirklich getan. Ist egal, ich brauche nicht so viele Anläufe. Ich weiß, ich habe den Concrete Shot drin. Aber wenn alles gut läuft, dann kann ich auch gleich meinen Mystery Tank verwenden. M-Tank, whatever. Shit. Ja, ich bin so geil. Ich weiß nicht, warum ich den Hornchaser hier benutze. Ist auch Quatsch. Warum? Ich habe doch seinen Pattern raus. Ich weiß doch, was er macht. Ich lasse mich aber noch ein paar Mal von ihm treffen. Ich weiß gerade nicht, wer hier war. Ist das hier Concrete Man? Ja. So langsam habe ich doch die Position der Robot Master raus. Ja, ich kaufe von den ganzen Achievements irgendwann mal was. Ähm, wer war denn noch schwierig? Wer geht mir auf den Sack? Ich weiß, was er wurde auf die Position der Robotern schlägt. Hatte ich mich für eine Rolle nehmen. Ich weiß, was er ist immer noch sehr. Hey. Ich weiß, was er was in der Tattoo. Genau, oder? Ich weiß, was er nicht so gut war. Ich weiß, was er will. Ich weiß, was er hat mich. Beide ich euch. Ich weiß, was er hat mich. Ich weiß, was er will. Oh, was er hat mich. Ich weiß. Sigh. So, und jetzt Hauntman, der mir beim letzten Mal schon so auf den Sack ging. So, und jetzt Wily, der mir richtig auf den Sack geht. Aber wenn ich es jetzt nicht allzu blöd anstelle, müsste ich das jetzt hinkriegen. Vielleicht. Ja, gut. Okay, der Laser Trident braucht auch drei Schüsse. Ach, der ist sogar mehr? In dem Fall bin ich... Oh, scheiße. Ah, der wäre perfekt gewesen. Aber ich bin so blöd. Scheiße. Scheiße. Nein! Nein! Verdammte Kacke! Warum treffe ich nicht? Ich habe auch noch einen Energy-Tag, ne? Das muss jetzt einfach sitzen. Gut, mache ich das. Nein! Nein! Du, eule Drecksau. Shit. Nein! Nein! Oh shit. Oh shit. Das muss jetzt sitzen. Der Run muss sitzen. Der Plugball ist das einzige, was ihn treffen kann. Wahrscheinlich. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, ob ich es mit dem Horned Chaser versuchen kann. Du Sau. Oh nein. Oh, das ist eine Idee. Oh, du Ficker. Hätte ich das mal vorher gewusst. Scheiße. Nein. Warum verpisst du dich, wenn ich in deiner Nähe bin, du alter Wichser. Shit. Ich kann es vergessen. Ich kann den Run vergessen. Ich habe es versaut. Ich habe es so versaut. Ich habe es verdammt nochmal versaut. Ich habe keine Energy Tanks mehr. Ich habe keine M-Tanks mehr. Ich habe gar nichts. Ich habe es versaut. Ich habe es soeben verfickt nochmal versaut. Ich könnte jetzt das ganze Wilde Castle nochmal machen. Und mir einen Energy Tank oder zwei besorgen. Oder einen Mystery Tank. Verfickte Scheiße. Oder wir tun so, als ob dieser Part niemals geschehen wäre. Ich kann es mir vorstellen. Ich kann es mir vorstellen. Oder wir tun es mir vorstellen. Vielen Dank.